Zehn Arten von Handyspielern mit Lumex, der immer nur eine Runde spielt. Ey Kevin, bei mir ist so ein komischer Daryl, der will mich nerven. Ah, lol. Ey, 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 ey. Hä? Lol? Hast du schon verloren? Ne, Kevin, da habe ich direkt keinen Bock mehr. Wirklich, ich will eine Runde spielen und sterbe direkt als Neunter. Ich will meinen Brawler auf 800 Profälen holen und sterbe direkt. Ne, da habe ich keinen Bock mehr. Ja. Ne, ich bin weg, Digga. Ja, Digga, chill doch mal. Man kann doch mehr als eine Runde spielen. So, warte mal, ich probiere das jetzt hier mal kurz zu schaffen. Also, der Lenny, der ist aber auch echt ganz, ganz cool. Ey, Junge, ich bin ins Wasser gefallen. So, warte mal. Also, ich habe jetzt heute echt Bock, so richtig viele Runden zu spielen. Ich verstehe gar nicht, warum Lenny jetzt nach einer Runde gegangen ist. Also, wer nur eine Runde spielt, der ist absolut lost. Aber wenn ich mich jetzt nicht qualifiziere, dann bin ich sauer. So. Oh, ups, ich bin ins Wasser gefallen, aber alles gut. Digga, der ist jetzt einfach gegangen, oder? Ich sehe gerade nur noch seinen Stuhl da. Junge, was war ich denn? Ey, hallo? Ey, hallo? Ey! Digga, ich habe keinen Bock mehr, Mann! Ich spiele auch nur eine Runde, Digga. Was ist das denn? Der mit schlechtem Internet. Okay, Lenny, was spielst du denn gerade? Wir haben uns jetzt so ein bisschen zum Zocken verabredet. Nein, bei mir liegt jetzt gerade. Ist tatsächlich. Was? Ich bin jetzt gerade in Stummel ist drin. Was? Ich habe keinen Pass bekommen. Ich habe keinen Pass bekommen. Digga, ich verstecke dich. Ich verstehe dich gar nicht. Mann, ich habe mein Level nicht geschafft. Hä? Lenny? Warte mal. Ich bin da bei mir betrifft. Hä? Junge, lag. Digga, kann es sein, dass es bei dir mega am lag ist? Lenny? Ich bin gar nicht. Junge, wir wollen doch jetzt so eine Mega-Zocker-Session machen. Junge, hörst du überhaupt, was ich sage? Ja, ich bin gerade. Lenny? Hä? Ist der auch noch im Discord, Digga? Äh? Junge, ich verstehe gar nichts. Okay, warte mal. Ich schaffe das Level jetzt hier fast. So. Let's go. Ich habe das Level geschafft. Aber Digga, ich glaube, Lenny ist irgendwie getimeoutet oder so. Ist der noch da? Der Traurige. Ich zocke jetzt Fruit Ninja. Kevin, was zockst du jetzt gerade? Weiß es nicht. Alle Spiele sind doof. Hä? Du kannst voll viele coole Spiele zocken. Es gibt so Fruit Ninja, Brawl Stars, Stumbleguys. Wenn ich Hillclimb Race spiele, falle ich immer auf den Kopf. In Toyman Run bin ich immer zu schlecht. Kevin, jetzt lass mal den Kopf nicht. Jetzt lass mal den Kopf nicht. In Stumbleguys können immer alle kicken. Und in Headball weiß ich gar nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Kevin, Kevin, es gibt so viele coole Spiele. Du kannst einfach mal was Nices ausprobieren. Es gibt richtig viele coole Spiele. Zum Beispiel hier Fruit Ninja gerade. Bin ich hier richtig am rasieren gerade. Guck mal. Wenn du mal was zusammenspielt hast. Ich habe noch nicht ein Spiel in Geometry Dash geschafft. Ich zeige dir das. Was? Schau. In Geometry Dash bin ich bei Polargeist und ich habe 0%. Und ich spiele das jetzt. Was? Ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Was? Ich laufe die ganze Zeit. Nein. Was juckt mich das? Ich kann keine Spiele spielen. Ich will nicht mehr spielen, Lenny. Der, der alles installiert, wovon ihm erzählt wird. So, also ich habe ja einige Handyspiele installiert. Also was ganz nice ist, ist Run of Life. Was? Run of Life? Ja, Run of Life. Warte mal, ich hab mir das direkt mal runter. Weißt mal, wie Run of Life, ne? Also es ist okay. Das ist so ein, ähm, ja. Nee, ich lade das direkt mal runter. Lass uns mal zocken direkt, wenn du willst. Ja, es ist müssen jetzt. Ich habe es runtergeladen. Ist gleich fertig. Ja, müssen wir jetzt nicht spielen. Was auch noch einige spielen, aber nicht alle, ist so Survivor.io. Ist auch aktuell. Bibi, sag nochmal, sag nochmal, sag nochmal, sag nochmal, was du gesagt hast. Survivor.io. Survivor.io. Ist okay. Survivor. Ah ja, ey, lass, ey, das sieht übelst cool aus. Ey, komm mal, komm, lass uns mal zocken. Komm mal online, lass uns direkt mal starten. Ja, es ist, es ist, also, man kann es zocken, muss man jetzt aber nicht. Hast du schon mal von Doodle Jump gehört? Das ist eigentlich... Boah, Doodle Jump, Bro, das ist so geil. Ich glaube, es ist direkt runter. Das habe ich so lange nicht mehr gezockt. Ja, es ist... Doodle Jump, hier, lass mich direkt runter. Warte mal. Ja, es ist... Doodle Jump. Ist jetzt okay, aber also an sich musst du dir es nicht runterladen. Äh, soll ich Doodle Jump 1 oder Doodle Jump 2 runterladen? Das ist mir eigentlich egal. Das war jetzt nur so ein kleiner Tipp, was man so am Handy schreibt. Ich glaube, ich kann ja mal beide runterkommen. Doodle Jump 1. Bottle Flip gehört? Oh, Bottle Flip, ich liebe Bottle Flip. Wie, Bottle Flip was? Bottle Flip 3D. Also, du musst jetzt aber auch nicht alle Spiele runterladen von denen ich dir erzähle. Nee, bolis sind übelst geil. Ich fahr das richtig. Ich hab das schon übelst lang nicht mehr gezockt. Ich komm, direkt runterladen. Bottle Flip 3D oder was? Ja, ey, dass ich hab das Spiel geliebt Тутnizing, ist richtig geiles Spiel. Okay, und es gibt auch so ein Spiel, das ist ganz LOST. Also, wer das installiert hat, ich weiß auch nicht genau wie ich das habe. Erzähl, erzähl, erzähl. Das heißt Poop Map, da kannst du dann so markieren, wo du schon mal kacken warst. auf der Welt. Poop Map? Poop Map, ja. Wie? Poop Map? Sag mal. B-O-O-P Map. Also, das ist aber auch mega lost, das Spiel. Also, das ist auch gar kein richtiges Spiel. Musst du dir jetzt auch nicht unbedingt erzählen. Loll, ey, 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 das sieht richtig cool aus. Ey, Kevin, das müssen wir unbedingt mal zusammen zaubern. Das sieht richtig cool aus. Hast du dir jetzt alles installiert, was ich dir erzählt habe? Äh, ja, warum? Der Faker. Äh, Kevin. Okay, ich bin jetzt auch in Flutninja drin. Hast du schon angefangen? Lass mal ein Battle machen. Ich bin gerade schon bei, äh, bei 700. Wie alt bist du gerade? Hä? Hast du nicht gerade erst gestartet? Hast du gesagt, ich soll auch anfangen? Nee, nee, ich, ja, nee, ich spiel schon eine Weile. Auf jeden Fall. Okay, wie viel, welche Klinge hast du eigentlich gerade? Äh, äh, achso, Klinge habe ich alle. Warum? Alle. Wie, alle Klinge? Welche spielst du denn gerade? Äh, ich spiel gerade die Standard, aber nur, weil ich halt schon alle habe, weil die halt ein bisschen langweilig sind. Deswegen habe ich viel, am längsten nicht mehr gespielt, ich spiel gar nicht Standard Klinge, aber ist auch egal. By the way, hast du es schon mal geschafft, dass so dein kompletter Bildschirm so voll mit Bomben war, so, und du aber so halt nicht gehettet hast die Bombe so, hast du schon mal hingekriegt, so mäßig? Hä? Wie, was für einen Score hast du denn? Sowas habe ich noch nie gesehen. Also, mein Highscore liegt bei, äh, 18.000 tatsächlich. Was? In Fruit Ninja? Ja, ja. Hä, ist das da nicht so Weltrekord? Bist du der beste Spieler in Fruit Ninja? Hm, ja, also jetzt nicht, aber ich war mal auf jeden Fall, aber ich spiel's nicht mehr so aktiv. Hä, bist du so Pro-Player in Fruit Ninja? Ja, nee, nichts Besonderes, hab's lange nicht mehr gespielt, so, aber ich war mal richtig krass, auf jeden Fall, ja, ja. Lol? Kannst du mir das mal zeigen? Kannst du mal Bildschirmertragung anmachen, dass ich das mal so sehe? Äh, der ist kaputt, tatsächlich. In Bildschirmübertragung? Äh, ja, also, äh, das ist halt so ein bisschen lecky, das weiß ich nicht, das geht manchmal nicht so gut, irgendwie. Okay, und was für einen Score hast du jetzt? Äh, jetzt hab ich gerade, äh, 2000 schon. Hä? Irgendwie glaube ich dir nicht so ganz. Kannst du mir das mal morgen in der Schule zeigen? Äh, ich bin morgen, äh, beim Arzt tatsächlich, äh, ich bin morgen Arzttermin tatsächlich, also morgen gibt es nicht, aber wann anders ist man bestimmt irgendwann mal. Will, kann das sein, dass du voll Müll laberst? Äh, nee, stimmt gar nicht. Ich bin ja schon bei 5000 jetzt. Der? Toxische. So, ähm, was muss man jetzt hier nochmal machen? Äh, Digga, du hast nicht wirklich wieder diesen Tricks Info-Skin. Du bist doch nur am Flex legalsten Teil mit deinem Sch***-Skin, Junge. Junge, nur weil du YouTuber bist und diesen Skin hast, musst du nicht immer spielen, Digga. Was denkst du eigentlich, weil du bist? Hä? Lenni, ich... Was soll ich nicht... Digga, du bist so abgehoben wirklich mit deinem Tricks-Skin immer. Du denkst mir, du bist der Kuss-Skin, der Kuss-Skin. Du bist Sch*** in dem Spiel, du kannst gar nichts, du bist Loser. Checkst du es endlich. Du bist Kacke in dem Spiel, du. Lenni, ich hab doch gar nicht... Also, ich wollt grad mal wissen, wie... Nee, red nicht! Red nicht! Red nicht! Ich wollt grad mal, wie funktioniert überhaupt dieses... Du sollst nicht reden, hab ich gesagt! Hallo! Du spielst diesen Tricks-Skin, weil du denkst, du bist krass damit, aber du bist nicht krass. Guck dich an, du kannst gar nichts im Spiel. Die funktioniert jetzt überhaupt teilweise voll. Achso, äh, ja, du musst das Spiel einmal desilieren, dann kriegst du draußen, äh, 3000 Champs tatsächlich. Ich bin wirklich. Ich bin mal aus. Ja, wahrscheinlich. Weil ich finde dann Freunde, die du nicht hast, weißt du? Äh? Ja, alleine spielen mit deinem Info-Skin, wirklich, der Sch***. Ich hab gar nichts, gar nichts gemacht, Digga. Der schlechte YouTuber. Ähm, wie macht man nochmal so eine Begrüßung? Warte mal. Hallo! Ah, nee, warte mal. Ich muss nochmal anfangen, so. Hallo und willkommen. Ähm, ich hab dabei heute... Lumex heißt du, glaub ich, ne? Ja, was machst du da gerade? Ja, das Video startet gerade. Ähm... Du hast mir nicht mal Bescheid gesagt, es ist mir ein Video, aber kannst du einfach ein Video machen, ohne was zu sagen. Warte mal, warte mal. Ähm, was wollte ich überhaupt heute nochmal aufnehmen? Welches Spiel kommt aktuell gut auf YouTube an? Ja, was ist denn deine Mission gerade? Was machst du denn gerade? Willst du überhaupt Video machen, oder was? Subway Surfers? Zockt man das? Also, warte mal. Oder, ähm... Bro, was machst du gerade? Machst du gerade ein Video, oder was? Äh, wir sind schon im Video drin, das ist gerade uncut. Äh, was ist denn hier? Ich weiß nicht mal, wie man schneidet. Junge, hallo, das hören gerade die ganzen Zuschauer. Bist du lost? Was für uncut? Kannst du was nicht hochladen? Bist du dumm? Was machst du denn? Ähm, also, warte mal. Man muss noch sagen, dass man... Also, Leute, Daumen runter, oder? Nee, Daumen hoch. Oh mein Gott. Nee, ey, ey, ich bin raus. Ja, ich bin... Bro, nee, 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 ich bin raus. Oh, ich bin raus. Die Glocke und... Mach das nicht. Passt du. Mach wir nicht. Geh raus. Achso. Ah, okay. Video ist schon zu Ende. Der, der immer das Spiel wechselt, wenn er einmal verliert. Was zockst du eigentlich gerade? Äh, ich zock gerade, äh, hier tatsächlich, äh, Bro Stars. Und du? Ja, ich zock jetzt mal eine Runde Fruit Ninja, da bin ich eh ganz gut drin. Ich hab echt viele Spiele auf meinem Handy, aber ich will heute die ganze Zeit jetzt Fruit Ninja spielen, okay? Ich bin einfach tot. Nee, Digga. Bro Stars ist echt kacke, Digga. Spielst du jetzt ein anderes Spiel, oder was? Ja, 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 ja. Ja, Digga, du musst doch erst mal so ein Spiel die ganze Zeit spielen. Das ist ja sonst mega lost. Weißt du was? Hä? Nee, Bro, ich... Bro Stars ist einfach kacke, Digga. Also wirklich, es zockt halt gar nicht. Hä? Digga, das... Hä? Weißt du mal, Stromspannmodus? Ich glaub, ich hab verloren. Ach, Digga, ja. Komm, ich spiel ein anderes Spiel. Ich spiel jetzt... Ich spiel jetzt... Ich spiel jetzt Toy Man Run. Digga, Toy Man Run ist viel besser als Fruit Ninja. Ja, nee, Doodletham ist das beste Spiel, das... Ach, Digga. Nee, wirklich, Doodletham ist kacke, wenn ein Doodletham spielt, der ist verloren, Digga, wirklich. Also, das beste Spiel, was ich... Hä? Junge, was ist das denn, Digga? Ja, komm, ich spiel ein anderes Spiel. Ohne Flip 3D ist viel besser. Beste Spiel. Ja, ich spiel jetzt... Ah, ihr kennst du mal Flip 3D? Ja, aber ich spiel jetzt Hill Climb Racing. Junge, diese ganzen Spiele, die kann man nicht spielen, diese Programmierer, was haben die da gemacht? Bam. Boah, das ist geil. Guck mal an, wie das ein cooler Spiel ist. Ach, nice. Bam, 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 bam. Muss man jetzt hier Vorwärtsgang drücken? Ey, ich krieg Werbung. Nee, egal, ich krieg keine Werbung, Digga. Ich hab nur zu spielen, nee, da geh ich raus. Ich hab wirklich keinen Bock auf Werbung. Ich spiel Sub-Reservors, komm, viel besser. Sub-Reservors ist wirklich das beste Spiel, Kevin, glaub mir. Ja? Ja, ja. Hä? Warte mal, kann man jetzt hier so... Wie kann man jetzt hier irgendwie auch gewinnen? Hä? Ich bin auch im Kopf gefallen. Hä, ich bin gestorben. Ich spiel Hill Climb Racing 2. Ich spiel jetzt... Äh, Dingens hier, ähm... Wie heißt es, ich spiel nochmal Sub-Reservors, spiel ich jetzt gerade? Spielst du schon ein anderes Spiel wieder? Äh, ja, ja, Sub-Reservors ist... Ja, du wechselst die ganze Zeit die Spiele. Sub-Reservors ist sowieso viel besser. Hier, bam, bam, bam. Nee, ich spiel schon wieder... Nee, Digga, raus, raus, raus. Nee, gar kein... Ich spiel, ich spiel jetzt. Ich zog Run of Life, Digga, viel besser. Hä? Ich sterb die ganze Zeit. Junge, es bock gar nicht, Digga, ich spiel jetzt ein anderes Spiel. Welche Spiele kannst du eigentlich mir noch so empfehlen? Ähm, Brawl Stars. Du musst ehrlich mal Brawl Stars spielen. Brawl Stars ist das beste Spiel. Glaub mir. Nee, aber ich spiel mal nur ein Spiel. Ich spiel mal nur... Ja, ich spiel nur... Ich spiel nur... Nein, ich spiel auch nur Brawl Stars. Du musst Brawl Stars. Brawl Stars ist viel besser. Wir haben Brawl Stars. Glaub mir, komm, wir gehen rein, Brawl Stars. Ja, komm, wir spielen beide ein Spiel, okay? Na, ja, nee, du musst... Du musst Brawl Stars spielen. Glaub mir, das ist das beste Spiel. Glaub mir das mal, wirklich. Guck mal, ich spiel Brawl Stars. Ich hab ein Brawl Stars schon 20.600 Trophäen, Mann. Wie viele Spiele hast du denn auf deinem Handy installiert? Äh, äh, halt nur Brawl Stars halt, ne? Hast du auch noch irgendwas anderes? Hä, nee, ich hab nicht Brawl Stars. Der, der wirklich überall spielt. So, also ich bin jetzt hier am Nordpol, aber ich zocke trotzdem mal eine Runde. Wo bist du gerade? Oh, Digga. Boah, Junge, mir ist so warm. Ich muss mich im Pullover gleich mal ausziehen. Digga, ich bin gerade in der Wüste, Bro. Siehst du, hier ist überall satt, Junge. Siehst du das? Loll. Krass. Ja, ist doch voll geil. Ich muss mal ganz kurz was trinken, Digga. Hier ist so warm, Alter. Ja, fühle ich, Digga. Aber bei mir ist es so kalt. Ich würde gerne mit dir tauschen. Weil dir ist es bestimmt viel wärmer. Nee, Bro, ehrlich, hier ist echt warm, Bro. Boah, Digga. Meine Hände sind aber... Warte mal. Ich hab aber auch gar keine Jacke an. Ich bin nicht am Schwitzen, warte mal. Digga, ich bin gerade so am Schwitzen. Mir ist aber echt kalt gerade, bin ich ehrlich. Ey, komm, bei mir ist es schlimmer. Glaub mir, ehrlich, gerade hier ist es echt... Junge, ich wurde geboxt. Hast du irgendwie noch ein paar Klamotten, die du mir geben kannst? Äh, ich hab gerade meinen Pullover eh ausgezogen. Oder zieh ich gleich aus, weil ich hier echt kalt... Echt warm ist, Kevin. Puh, ich muss dringen. Also, Digga, bei mir... Bei mir schneit es auch gerade. Leute, da oben ist der Weihnachtsmann! Hä? Bei mir läuft... Bei mir läuft... Ey, hier läuft Kameel bei mir! Du bist gerade lang geflogen. Kameel in mir. Ich glaube, mir ist... Ich glaube, ich... Ich glaube, ich glaube...